Musik Später möchte ich gerne Lehrein werden. Ich heiße Johanna und bin 11 Jahre alt. Ich spiele Klavier in der Musikschule Südheim. Vor 100 Jahren hatte das Klavier auch schon so viele Sachen. Ich spiele jetzt ein Fehlstück. Verleihe es vielleicht vier Zauberkräfte? Musik Ein Stück übe ich gerade. Musik Untertitelung des ZDF, 2020